Also Krisen hat es immer gegeben. Wir brauchen, sagte er, un Europe qui protège. Ein Europa, das schützt. Wenn ich mir die Frage stelle, wer von den beiden wäre die erfreulichere Lösung, dann ist die Antwort relativ einfach. Ja, große Freude, Herr Prof. Dr. Ischinger, dass Sie heute hier bei uns sind. Terminlich, ich weiß, Sie sind permanent gefordert und sehe Ihre Spuren überall. Jetzt sogar bei Schnee kann man sie ganz deutlich erkennen, aber Sie sind überall gefordert. Und wir haben gesagt, wir machen das dann. Vielen Dank hier heute auf diese Art und Weise. Denn wir wollten Ihr Wissen, Ihre Erfahrung international als Spitzendiplomat, als Vorsitzender der Sicherheitskonferenz. Das war ja das Format, wo sich die große Politik der Welt getroffen hat, um wirklich wichtige, sicherheitsrelevante Fragen zu erörtern. Wir wollten diese Erfahrung nutzen. Ich hatte vor kurzem selber bei der Expo noch mal Gelegenheit, Ihnen mal aus einer anderen Perspektive zuzuhören. Und ich bin immer wieder beeindruckt. Wir haben ja Multikrisen. Also das habe ich auch schon in meinem Intro ja gesagt. Die Welt dreht sich schneller. Die Welt ist ein bisschen aus der Bahn. Nichts ist mehr, wie es früher mal war. Multikrisen. Corona ist ein Thema, da würde ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Aber wenn wir mal die Staaten und die Politik und die Machtgefüge der Welt uns anschauen mit den wirtschaftlichen Konsequenzen, dann haben wir natürlich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und jetzt auch natürlich noch diese Situation mit der Hamas und Israel und vielen anderen Themen. Auch eventuell in China, potenzielle kriegerische Auseinandersetzungen mit Taiwan. Haben wir natürlich relativ viele Themen, die uns betreffen. Und Deutschland. Deutschland hat andere Themen gerade auf der Agenda. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Wie sehen Sie denn, als so ein erfahrener Diplomat, Sie waren ja ganz lange Zeit quasi der Mann hinter Hans-Dietrich Genscher als Außenminister, der ganz eng mit ihm gearbeitet hat und darüber hinaus natürlich auch mit anderen, mit Joschka Fischer und viel mit Angela Merkel etc. Wie sehen Sie denn die Krisen dieser Welt aktuell? Was macht Ihnen da am meisten Sorge? Also Krisen hat es immer gegeben. Man kann sich kaum an ein Jahrzehnt erinnern ohne Krisen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zu früheren Krisen und der jetzigen Situation, die Sie ja gerade beschrieben haben. Die jetzigen Krisen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, fangen wir mal an mit der Russlandkrise und der Nahostkrise als Beispiele. Das sind Krisen, die nicht wie die Pandemie nach ein oder zwei Jahren wieder weg sind, die also vorübergehender Natur sind. Wir hatten auch mal eine Griechenlandkrise in ihrem Bereich, Finanzkrise. Die wurde erfreulicherweise auch im Wesentlichen überwunden. Da gibt es vielleicht noch Verwundungen, die bleiben, die geblieben sind. Aber das Problem ist, und ich glaube, das ist wirklich der entscheidende strategische Unterschied. Das Problem ist, dass mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sich das Gesamtgebäude europäischer Sicherheit und Sicherheitspolitik und sicherheitspolitische Zukunft von Grund auf verändert hat. Und zwar nicht mit der Aussicht, dass wir das mit irgendeinem Pflästerchen in ein, zwei Jahren wieder hinbiegen können, sondern mit der Aussicht, dass wir auf lange Sicht es mit einem eher aggressiven, eher imperialistisch geneigten, also revisionistischen Russland zu tun haben werden. Und das stellt uns, Deutschland, uns, die europäischen Partner, uns, die NATO, den ganzen Westen, vor ein grundsätzlich anderes langfristiges Problem als das, was wir die letzten 30 oder 40 Jahre seit der Wiedervereinigung hatten. Und im Nahen Osten, nur um das zu ergänzen, zeigt sich eine Weisheit, die ich in der Tat schon bei Hans-Dietrich Genscher vor 50 oder 40 Jahren gelernt habe. Also, es lohnt sich nicht, den Versuch zu machen, Krisen dadurch sozusagen abzufedern, dass man versucht, sie zu ignorieren oder durch andere Schwerpunkte zu übertünchen. Wenn man den Root Cause, also die eigentliche Wurzel des Problems, nicht anpackt, dann kommt irgendwann das Problem wieder mit neuer Macht hoch. Und das ist genau das, was trotz allen Versuchen im Nahen Osten zwischen Israel und den Golfnachbarn, also die sogenannten Abraham-Accords, was auch an interessanten Versuchen eines Ausgleichs zwischen Israel und Saudi-Arabien stattgefunden hatte. Die Palästinenser-Problematik wurde marginalisiert, wurde links liegen gelassen und jetzt kam sie mit riesiger Macht, mit terroristischer Macht zurück. Und wir stehen im Grunde genau da, wo sozusagen Jimmy Carter oder Bill Clinton vor Jahrzehnten standen, als es noch palästinensische Führer gab, mit denen man glaubte, verhandeln und reden zu können. Genau die gibt es jetzt nicht mehr. Also doppeltes Problem. Wir sehen uns ja jährlich auch in München bei Veranstaltungen, wo uns ja diese Sehnsucht nach einem starken Europa auch eint. Und das ist natürlich schwierig. Und wir haben auch auf der Finanzzeit, Sie haben es ja eben angesprochen, auch in der Situation EZB, ist auch ein schwieriges Thema. Die einzelnen Staaten machen doch am Ende das, was für ihre eigene Situation am besten ist. Wir haben gerade in Italien ja auch schon wieder eine schwierige Situation. Wir haben ja, Sie haben Griechenland angesprochen, viele, viele Brandherde gehabt. Und nach dem Euro war ja eigentlich geplant, dass wir auch wirklich eine funktionierende Steuerung der Finanz- und Wirtschaftspolitik bekommen. Und da hängt natürlich jetzt, Ihnen das jetzt mal auf, die Außenpolitik massiv da dran, weil Wirtschaft ohne Außenpolitik, Deutschland als Exportweltmeister früher, ist ja man ja nicht mehr, aber das geht natürlich auch nur dann, wenn da eine adäquate Außenpolitik mit eingeht. Wie kann denn sowas vorankommen? Also ich habe sogar ganz ehrlich große Sorge, je nachdem auch wie die Wahl, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, wenn die USA ausgeht, dass Europa wird zunehmend von den Seiten, von den großen Partnern in eine schwierige Situation gebracht. Also ich glaube, wir haben da eine ganz neue, ganz grundsätzliche Herausforderung für das europäische Projekt. Wir haben uns ja in unserem Grundgesetz, nicht wahr, dem Ziel der europäischen Einigung verschrieben. Vielleicht stärker noch als die meisten unserer Partner. Die ursprüngliche Idee, so wie sie von Schumann und de Gasperi und so weiter und dann von Konrad Adenauer und de Gaulle personifiziert wurde, die ursprüngliche Idee, also Integration mit dem Ziel Vermeidung von Konflikten unter uns, keine deutsch-französischen Kriege mehr, bitteschön. Das klingt heute, als würde man über die letzten 200 Jahre reden, aber das war vor 50 Jahren ja noch sehr präsent. Die zwei großen Kriege gegen Frankreich im 20. Jahrhundert. So, deswegen ist diese Idee der Integration natürlich eine großartige Idee. Sie ist bis heute nicht vollendet. Es fehlt immer noch, und da sind Sie ein viel größerer Fachmann als ich, es fehlen immer noch wichtige Teile des Binnenmarktes. Meine Freunde aus Ihrer Branche erzählen mir jeden Tag, wenn ich mit denen rede, wann kommt eigentlich endlich die Kapitalmarkt-Union, die eigentlich ein Teil des kompletten Binnenmarktes sein müsste, um uns Europäer auch instand zu setzen, gegen diese großen, riesigen Firmen oder Konkurrenten aus Übersee, aus USA und so weiter. Google, Amazon und wie sie alle heißen. So, also, deswegen, das Integrationsprojekt ist noch nicht vollendet. Es kommt aber ein zweites, angesichts der Weltlage, eine ganz neue Aufgabe auf Europa zu. Und das finde ich schade, dass das von unseren Entscheidungsträgern, egal ob sie jetzt über Berlin reden oder über Brüssel oder Rom, nicht hinreichend in die Öffentlichkeit getragen wird. Was ist das, die neue Herausforderung? Die neue Herausforderung hat keiner intelligenter beschrieben als Emmanuel Macron. Der hat das mit vier Wörtern beschrieben. Wir brauchen, sagte er, auf Deutsch, ein Europa, das schützt. Das ist ganz eine andere Aufgabe als das Europa, das sich integriert. Das Europa, das schützt, will also verhindern, dass unsere Grenzen infrage gestellt werden, dass die Sicherheit unserer Bürger infrage gestellt wird. Reden wir über transnationale Verbrechensbekämpfung und so weiter. Keineswegs nur über die Gefahren eines russischen Angriffs, sondern es gibt illegale Migration und so weiter und so weiter. Also diese neue Aufgabe lautet, ein Europa, das schützt. Und um sich diesem Thema zuzuwenden, müsste natürlich in diesem Bereich die Europäische Union imstande sein, nicht so wie bisher nach dem Konsensprinzip zu operieren, wobei jeder einzelnen Entscheidung in der Außenpolitik, jeder Mitgliedstaat, egal ob das das winzige Malta ist oder das große Deutschland, jeder ein Vetorecht hat. Mit dem Ergebnis, dass wir selten überhaupt zu Potte kommen, um es mal salopp auszudrücken. Deswegen wäre meine Forderung, ich habe das verschiedentlich auch schon geschrieben und andere auch, wir müssen um dieses Europa, das eine Schutzfunktion für seine Bürger entwickeln kann, wir müssen in Brüssel zu Mehrheitsentscheidungen kommen. So wie sie in der Handelspolitik schon seit Jahrzehnten möglich sind. Da gibt es große Widerstände. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die Bundesregierung, dass die Bundesrepublik Deutschland da sozusagen mit einem guten Beispiel vorangeht und führt. Und daran fehlt es bisher so ein bisschen. Wenn künftig die östlichen Nachbarn nicht mehr dem Warschauer Pakt angehören, sondern unsere Partner und Mitglieder der EU und der NATO werden, wieso kann da nicht diese klassische deutsch-französische Führungsequip sich ergänzen durch unseren östlichen großen Nachbarn Polen? Das hat jetzt leider in den langen letzten Jahren nicht gut klappen können, weil man in Polen eine Regierung hatte, die glaubte, am besten dadurch überleben zu können und Zustimmung zu bekommen, dass sie möglichst deutschlandfeindlich aufgetreten ist, die PiS-Regierung. Die ist jetzt abgelöst. Jetzt haben wir einen pro-europäischen Ministerpräsidenten in Polen. Eine ganz neue Chance. Und ich würde mir wirklich wünschen, ich glaube, es gibt da auch jetzt ganz konkrete Gespräche und Versuche, ich würde mir wirklich wünschen, dass Emmanuel Macron, Olaf Scholz und der Ministerpräsident Tusk bald eine Gelegenheit finden, mal gemeinsam aufzutreten und dann vielleicht einen Versuch starten könnten, bestimmte Vorschläge gemeinsam zu präsentieren, damit wir uns nicht immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, Deutschland und Frankreich wollen durchregieren, sondern die östlichen Nachbarn würden dann stärker mit einbezogen werden. Das ist also die Frage, wie könnte ein neues Führungsteam aussehen. Und zu der anderen Frage, wie kann man denn zu Mehrheitsentscheidungen kommen, da würde ich sagen, ganz einfach zwei Punkte. Erstens ist es in der Tat ein steiniger, schwieriger Weg, aber man kann ja mal, wie immer in der Politik, mit was Leichtem anfangen. Und da gibt es verschiedene Beispiele, ich will jetzt gar nicht in die Details eintreten. Also lass uns doch mal mit irgendwas einfangen, als der Anerkennung irgendeines pazifischen Inselstaats. Können wir das nicht künftig so machen, dass nicht jeder von den 27 Einzelnen anerkennt, sondern vielleicht wir als EU diesen Inselstaat anerkennen und dann ist der Fall erledigt. Die andere Idee, über die ich gerne nachdenke, ist die Frage, könnte Deutschland vielleicht mal ein Zeichen setzen? Wie wäre es denn, wenn die Bundesrepublik Deutschland erklären würde, in aller Form in Brüssel, übrigens ab morgen, wird Deutschland, wenn sich mal eine Lage ergeben sollte, dass 26 dafür sind und nur wir dagegen, dann werden wir kein Veto ausüben, sondern wir werden uns dann enthalten und das durchlaufen lassen. Wir müssen ja nicht dafür stimmen, aber wir werden europäische Entscheidungen nicht blockieren. Veto-Erfahrung haben wir ja gerade gehabt als Deutschland, vielleicht an der falschen Stelle. Ja, und ich glaube, so ein Akt, der würde zwar nicht sofort den großen Durchbruch produzieren, aber der würde in all den 26 anderen Hauptstädten zum erheblichen Kopfkratzen führen. Und dann hat sich der deutsche Bundeskanzler oder die Bundesregierung oder die Koalition ja was Tolles einfallen lassen. Das wäre dann tatsächlich zum ersten Mal seit langem ein Zeichen von deutscher Führungsbereitschaft in der EU. Deutschland hat, da haben wir derzeit eine hilflose Situation, finde ich. Wer hat dann morgen auch politische Gespräche? Da ist ja nicht so viel zu erwarten. Die Idee finde ich ganz gut mit Tusk, weil er ist ja wirklich proeuropäisch. Er ist auch belastbar positiv schon mit der Zusammenarbeit. Er hat das ja schon gezeigt, dass er jemand ist, der da immer das Gemeinsame auch im Auge hat. Und natürlich sind die Polen sehr stark selber unter Druck an der Grenze. Heute konnte man den Medien ja entnehmen, die Verteidigungskräfte in Polen werden deutlich mehr sein als von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen, weil die natürlich hier auch die nächste Berührung haben zu eben, man muss ja heute von Feinden auch sprechen, die wir dort an der Grenze natürlich auch haben. Und insofern kann das ein Punkt sein. Die Frage ist halt nur, Macron und Scholz, die Chemie ist ja auch nicht unbedingt die beste. Das wäre natürlich mit Frau Merkel und Macron wahrscheinlich einfacher gewesen. Meinen Sie, da gibt es was? Weil Scholz ist ja auch nicht so der Mutige. Und Macron hat auch innerhalb von Frankreich noch durchaus Themen. Er hat ja jetzt gerade da nochmal einen Schachzug gemacht. Also ich habe damals, Anfang der 90er Jahre, gelegentlich den damaligen Bundeskanzler Kohl zu seinen Gesprächen im Élysée-Palast mit Mitterrand begleitet. Das waren ja auch sehr unterschiedliche Typen. Und ich erzähle nur mal eine winzige Anekdote. Jedes Mal nach dem natürlich sehr feinen, mehrgängigen Mittagessen im Élysée, kam Kohl raus. Und ich gehörte dann immer zu seiner Mitarbeiter-Schar, die sich zu kümmern hatte. Und da war seine erste Frage an mich, jetzt gehen wir essen. Ich sage, Moment, Herr Bundeskanzler, Sie kommen doch gerade vom Essen mit Mitterrand. Ja, da gibt es ja nichts. Das waren für ihn so Mausehäppchen. Und er wollte aber dann so einen Teller Spaghetti oder sowas haben. Oder was Richtiges, wie er meinte. Das heißt, die beiden Männer waren so total unterschiedlich in fast jeder Hinsicht, haben sich aber politisch zusammengerauft. Und ich würde sagen, das würde ich jetzt sowohl von Macron wie auch von Olaf Scholz erwarten, dass man sich im Interesse der gemeinsamen Idee Europa dann in Gottes Namen zusammenrauft. Das schönste Beispiel für die Unterschiede heute, nicht Kohl-Mitterrand, war für mich vor kurzem die Szene, die hat hier in Hamburg stattgefunden, als Olaf Scholz seinem französischen Gast mit Macron so hier im Hamburger Hafen ein Fischbrötchen überreichen ließ, was er dann stehend freihändig verzehren musste. Wenn Sie dann sehen, wie die Kristalllüster und das goldene Besteck und die teuren französischen Weine aussehen, die umgekehrt Olaf Scholz serviert werden, wenn er seinen Besuch im ESE macht, dann sieht man die unterschiedlichen kulturellen Schwerpunkte. Aber das darf doch uns nicht daran hindern, Nägel mit Köpfen zu machen, wenn es um die großen politischen Themen geht. Das erfordert aber Mut und Leadership. Wir haben ja noch ein anderes Thema in dem Zusammenhang, nämlich Verteidigung. Ja. Ja, also all das, was wir da jetzt gerade besprechen, wenn man jetzt mal so zurückguckt, wenn man als Staat oder Staatengemeinschaft nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen und aufzupassen, und das kann ja auch mit Trump, wenn der wiedergewählt werden sollte, auch nochmal richtig prekär werden, dann hat man nicht die besten Rahmenbedingungen. Also 100 Milliarden Verteidigungshaushalt. Ich kenne so viele Haushalte, die nie genutzt worden sind. Das waren politische Signale, aber es ist am Ende zu wenig passiert. Kann ich die Verteidigungsfähigkeit von Europa oder muss die nicht ganz dringend gemeinsam, kann das nicht auch ein Punkt sein, aus der Not zu sagen, wir bringen uns da zusammen. Wir haben ja hier auch in Hamburg EADS, also Airbus, die gesamten Themen. Damals hat Franz Josef Strauß hier die Franzosen und die Deutschen zusammengebracht. Und heute ist das ein weltweiter Erfolgskonzern geworden. Kann das nicht ein Thema sein? Natürlich, es muss ein Thema sein, selbstverständlich. Aber ich will vielleicht mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Woher kommen wir eigentlich, wir als Bundesrepublik Deutschland? Wir kommen über die letzten drei oder mehr Jahrzehnte aus einer Befindlichkeit, in der wir nach der Wiedervereinigung erfreut festgestellt haben, jetzt ist ja alles gut. Jetzt sind wir ja, so sagte Helmut Kohl damals völlig zu Recht, wir sind ja jetzt anscheinend nur noch von Freunden umgeben. Bisher standen sowjetische Soldaten mit Nuklearwaffen bewaffnet, hier mitten in der DDR. 100 Kilometer hier von Hamburg entfernt. Jetzt sind wir doch nur noch von Freunden umgeben. Deutschland hat als Gesellschaft, keineswegs nur die Regierung, sondern als Gesellschaft, so eine Art Liebesaffäre mit diesem Nachwiedervereinigungs-Status-Quo entwickelt. Und man sagt, Bundeswehr brauchen wir doch eigentlich nicht mehr. Wieso denn? Vielleicht für Afghanistan und solche Auslandseinsätze. Aber Landesverteidigung, jetzt wo wir nur noch von Freunden umgeben sind, überfällig. Also das ist der philosophische politische Hintergrund für die Schwierigkeiten, mit denen wir Deutsche und unsere politischen Parteien zu kämpfen haben. Und jetzt müsste in der Tat der Hebel ganz massiv umgelegt werden. Und es müsste eigentlich gesagt werden, ja, die Zeitenwende, die Olaf Scholz ja großartigerweise, sehr überraschend, kurz nach dem russischen Angriff Ende Februar 2022 ausgerufen hat, diese Zeitenwende, die muss jetzt ganz dringend umgesetzt werden. Wir erleben jetzt, dass Russland, dort fällt das natürlich leichter, die russische Regierung hat mit einem Schlag quasi auf Kriegswirtschaft umgestellt. Der Anteil der russischen militärischen Aufwendungen ist ums Dreifache gestiegen nach den letzten Haushaltsplanungen. Ja, und die sind nicht handlungsunfähig geworden. Die haben immer noch Nachschub und organisieren Nachschub. Richtig. Ich habe mal, nachdem Emmanuel Macron vor einem Jahr auch in Französ, in Frankreich von der Notwendigkeit gesprochen hat, kriegswirtschaftliche Prioritäten zu setzen, also mehr Munition, mehr Waffen zu produzieren angesichts der Kampflage. Ich habe dann diesen Begriff der Kriegswirtschaft provozierenderweise auch mal benutzt und wurde, ich wurde natürlich völlig niedergemacht, zu Recht von unseren Medien, die sagten, Moment, Kriegswirtschaft, das erinnert ja an Albert Speer und an das Dritte Reich und damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja, den Punkt akzeptiere ich gerne, aber vom Inhalt her ist es jetzt, Anfang Januar, Mitte Januar 2024, klar, dass wir eine wichtige Wegmarke versäumt haben. Wir hätten vor einem Jahr anfangen müssen, in ganz Europa, kalswegs nur in Deutschland, die Munitionsproduktion hochzufahren, von Seiten der Regierungen, dem produzierenden Gewerbe, den Rüstungsunternehmen, die entsprechenden Vorgaben und Sicherheiten zu geben, dass das nicht eine Eintagsfliege bleibt. Man wird als Unternehmer nicht eine neue Fabrikhalle bauen wollen, wenn man nicht sicher ist, dass die in zwei Jahren noch gebraucht wird und so weiter und so weiter. Und der allerwichtigste Punkt, den haben Sie angesprochen, das ist sozusagen die Folge dessen, was vor einem halben Jahrhundert Leute wie Franz Josef Strauß mit dem Airbus-Projekt auf die Beine gestellt haben. Wir produzieren und kaufen in Europa unsere Verteidigungsnotwendigkeiten, also Waffen, Flugzeuge, Schiffe und so weiter, Munition. Wir betreiben das immer noch nach dem Prinzip europäischer Kleinstaaterei. Und jetzt hat ja Trump einen neuen Schachzug gemacht. Er hätte quasi auf sein Amtseid basierend sich mit dem Wahlausgang beschäftigen müssen, weil das ja nicht demokratisch genug gewesen wäre. Interessant, wie das ausgeht. Ich habe auch kürzlich mit dem amerikanischen Generalkonsul mich aus München intensiv mit Tim, den kennen Sie auch, nochmal gut unterhalten dazu. Was erwartet uns da? Was ist Ihre Prognose? Ich war jetzt vor vergangenem Wochenende nur für zweieinhalb Tage in New York. Und viele meiner New Yorker Gesprächspartner, also das klassische Ostküsten-Elite sozusagen, die schauen gebannt auf Anfang Februar. Ich habe jetzt das genaue Datum nicht im Kopf. Jedenfalls ich glaube in der ersten Februar-Hälfte ist angekündigt, dass der amerikanische Supreme Court mit einer Entscheidung aufwarten wird, ob in Staaten wie Colorado beispielsweise und Maine die lokale Regierung tatsächlich Donald Trump den Zugang zum Wahlregister verwehren darf oder nicht. Meine ich hatte da Gelegenheit mit zwei glaube ich relativ erfahrenen Juristen in New York zu sprechen. Die sehen das relativ skeptisch. Die gehen davon aus, der Supreme Court wird Donald Trump eher das grüne Licht und nicht die rote Ampel zeigen. und wenn er das grüne Licht bekommt, dann gilt das natürlich für die anderen 48 Staaten mehr oder weniger auch, direkt oder indirekt, dann hat er kein wirkliches Hindernis mehr, um sozusagen diesen Wahlkampf Trump Biden ein zweites Mal laufen zu lassen. Die einzige Hoffnung, die man als ist, also ich bin jetzt auch nicht ein überzeugter Joe Biden Fan, aber wenn ich mir die Frage stelle, wer von den beiden wäre für Europa die erfreulichere Lösung, dann ist die Antwort relativ einfach. Und ich glaube, die einzige Hoffnung, die man dann noch erhaben kann, ist, dass es in Amerika, im mittleren Westen, hoffentlich doch noch eine Grundmannschaft gibt, von sozusagen rechtschaffenden Republikanern, also eher konservativen Farmern und so weiter, die dann, wenn sie vor der Frage stehen, soll ich jetzt für diesen Präsidentschaftskandidaten Trump wählen, die dann vielleicht zu dem Ergebnis kommen, nö, also meine Stimme gebe ich dem nicht, dem Biden gebe ich sie aber auch nicht, also gehe ich einfach nicht zur Wahl. Und ob das dann reicht, um Trump zu verhindern und Biden wieder ins Weiße Haus zu holen, der ist natürlich in der Tat, er erscheint in der Tat jetzt ein bisschen wackeliger, zumindest als seine Herausforderungen. Er ist ja nicht wesentlich älter. Er ist nicht wesentlich älter, aber er erscheint wackeliger. Also ja, mit 20 Jahren jünger, wäre es keine Frage. Wenn man mal so drauf guckt, hat er ja eigentlich überrascht, was er alles geschafft hat. Er hat jetzt eine sehr beachtliche Rede gehalten, wie, das war gerade während meines Offenthalts in New York, die sehr gelobt wurde, eine sehr engagierte Rede, in der er den Amerikanern zugerufen hat, wer jetzt sich noch mit Donald Trump beschäftigt, der gefährdet die amerikanische Demokratie, die steht vor einer schwierigen Herausforderung. Ich glaube, das ist auch nicht ganz falsch. Soweit ich zurückdenken kann, und ich glaube, ich habe angefangen, mich mit Amerika zu befassen, als ich als Jurastudent nach meinem Examen in Deutschland in Harvard studierte und dann in Amerika meinen ersten Job war. Das war Anfang, Mitte der 70er Jahre. Und dann kam ich in die Außenpolitik, ins Auswärtige Amt. Wir haben uns nie in diesen fast 50 Jahren wirklich den Kopf drüber zerbrechen müssen, wer da jetzt ins Haus einziehen würde. Weil es eigentlich aus europäischer Sicht zwar nicht völlig egal war, aber es war jedenfalls nicht strategisch verheerend, wenn statt Ronald Reagan dessen Herausforderer geworden wäre oder statt Bill Clinton dessen Herausforderer. Al Gore. Der Westen stand zusammen. Die waren alle für die NATO. Und waren alle für ein enges Trans-Satellitesverhältnis, mehr oder weniger, mit unterschiedlichen Schattierungen. Also es war nie eine große strategische Frage. Ich glaube, jetzt ist es eine strategische Frage. Und ich habe den Eindruck, dass wir in Brüssel, das ist ja nicht ein deutsches Thema, es ist ein europäisches Thema, dass wir in Brüssel ein kleines bisschen Schlaf wandeln und so tun. Also erstens mal wissen wir alle, wir haben keinen Plan B, wenn Trump Präsident wird. Wir haben keinen Plan B. Und noch keine Zeit mehr. Aber es gibt vielleicht doch ein paar Dinge, die man tun könnte, um den amerikanischen Isolationisten, diejenigen, die einen Trump wählen werden, so ein kleines bisschen das Wasser abzugraben. Also erste Voraussetzung, glaube ich, ist, dass wir nicht nur mit Tricks und Hängen und Würgen die Selbstverpflichtungen erfüllen, die wir seit zehn Jahren übernommen haben, nämlich die berühmten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. In Teilen der Ampelkoalition wird gesagt, ja, warum müssen wir denn diese amerikanische Forderung erfüllen? Es geht nicht um eine amerikanische Forderung, es geht um unsere europäische Sicherheit. Wir machen es für unsere Sicherheit und nicht um schönes Gesicht in Amerika zu machen. Aber wenn wir es machen würden, würden wir den Isolationisten in Amerika das wirklich unselige Argument ein bisschen nehmen, dass der amerikanische Farmer, genau der, auf den die als Trump Wähler sehen, dass der denkt, wieso muss ich eigentlich mit meinen Steuergeldern diese reichen Europäer sicherheitspolitisch subventionieren. Jetzt haben wir natürlich auf der anderen Seite auch noch die Chinesen. Schwer zu greifen, muss man sagen. Also vor Jahren haben wir gesagt, Mensch, wow, also das entwickelt sich ja alles prächtig, wir partizipieren daran als große Außenhandelsnation. Bei Corona haben wir gemerkt, wir sind abhängig, Medikamente sind in Deutschland nicht mehr lieferbar, werden hier gar nicht mehr produziert und China hat gerade auch massive wirtschaftliche Schwierigkeiten, das ist auch nicht mehr so, wie es war. Wie schätzen Sie das ein und vor allem auch diese Allianz zwischen Putin und den Chinesen und ein paar anderen? Also im Nahen Osten gibt es ja auch noch genug, die gerne da bei einer Anti-West-Politik sich engagieren. Also ich finde das Thema China tatsächlich die im Augenblick auch intellektuell schwierigste Herausforderung für unsere Politik, weil diese Herausforderung so facettenreich ist. Es geht ja nicht nur um die Frage, sollten wir weiter investieren in China und müssen wir unsere Intellectual Property stärker schützen vor chinesischen Übergriffen, deutsche Firmen daran hindern, dass sie Teile oder sich selber nach China verkaufen, dass wir unser industrielles Know-how verlieren und so weiter. Das ist in der Tat auch ein wichtiges Thema, aber ich glaube, die zentrale Frage ist tatsächlich diese entstandene Gegnerschaft, diese Rivalität zwischen Washington und China. Und nach meiner Theorie ist es inzwischen so, dass in weiten Teilen der amerikanischen Kongresselite die Überzeugung besteht, also hier bahnt sich eine historische Rivalität ab, China wird, wenn es nicht schon eine Weltmacht ist, China wird auch militärisch eine Weltmacht werden und am Schluss wird es um die Frage gehen, die oder wir, sagt der Amerikaner, die oder wir. Und dann sagen diese Amerikaner, also wenn das so aussehen sollte, dass eher die gewinnen, dann muss es das amerikanische Ziel sein, darauf hinzuwirken, dass die so langsam wie möglich gewinnen. Slowing them down. Das nennt man in der Sprache der politischen Wissenschaft, das nennt man ein Zero-Sum-Game, also es kann nur einer von beiden gewinnen, so schwarz und weiß. Ich halte das für ganz, ganz falsch. Ich glaube, dass es, da halte ich es mit dem kürzlich verstorbenen Henry Kissinger, der ganze dicke Bücher darüber geschrieben hat, wie man sich eine Koexistenz, also ein regelbasiertes Miteinander umgehen, mit China genauso gut vorstellen kann, wie das in der Zeit des Kalten Kriegs mit der damaligen Weltmacht Sowjetunion möglich war. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen auszubuchstabieren, aber ich glaube, das ist der zentrale Punkt und da wird der Tochter die Frage auf, wo sollen wir uns da positionieren. Sind auch noch da. Denn wir sind auch noch, wir haben wesentliche Interessen und so weiter. Ich bin, ich würde folgenden Punkt machen, das Allerwichtigste ist, wenn wir in Washington Gehör finden wollen, wir als Europäer, und wenn wir in Peking Gehör finden wollen, dann dürfen wir nicht 27 EU-Staaten einzeln in Washington oder in Peking auftreten. Ähnlich wie bei der Rüstungsbeschaffung, da gilt die Devise aus meiner Sicht eine gemeinsame europäische Stimme entwickeln. Die Bundesrepublik Deutschland hat im vergangenen Jahr erfreulicherweise eine China-Strategie vorgelegt, im Mai. Sehr gut, ich würde sagen, prima erster Schritt, jetzt müsste man diese deutsche China-Strategie einbringen, in ein hoffentlich von allen 27 dann abgesegnetes gemeinsames Strategiepapier, wie die Amerikaner sagen würden, we need to sing from the same song sheet. Dann wird man in Peking möglicherweise uns auch zuzuhören bereit sein. Daran fehlt es aber noch. Das ist der eine Punkt, den ich machen würde. Der zweite Punkt ist diese große, diese Angst vor einer möglichen militärischen Eskalation wegen der Taiwan-Krise. Also, ich bin ja auch kein Prophet, ich kann ja auch keine sicheren Vorhersagen wagen. Aber was ich nach meinen Kontakten mit chinesischen Gesprächspartnern glaube, zu sehen, ist, dass man in Peking ganz genau weiß, dass eine militärische Eskalation in der Straße von Taiwan jedenfalls eins endgültig für die nächsten längeren Jahr beerdigen würde, nämlich die chinesische Hoffnung der Wiedergewinnung von Wachstumszahlen von 2, 3, 4, 5, 6 oder mehr Prozent. Und da ist Druck auf dem Kessel. So, da ist großer Druck und das weiß auch die chinesische kommunistische Partei, dass sie sich kein Gefallen tut, wenn sie ihre eigenen Wachstumschancen durch ein militärisches Auslandsabenteuer, aus deren Sicht ist ja Inland. Der Preis wäre sehr hoch. Wir nehmen mal mit, USA-Wahl ist noch nicht vorhersehbar, aber Europa muss auch Selbstverantwortung stärker übernehmen. Das, glaube ich, ist der Punkt. Wir brauchen mehr Leadership. Wir müssen uns autonomer aufstellen und wir müssen in diese europäische Struktur auch Geld investieren. Das ist nicht mal eben so gemacht. Aber wenn wir es nicht machen, dann ist alles nichts, weil dann werden wir nur noch getrieben und haben unsere Selbstbestimmung mehr oder weniger auch irgendwann verloren. Und wir dürfen nicht denken, dass die ausgerufene Zeitenwende ein vorübergehendes Phänomen ist, was dann spätestens bei der nächsten Bundestagswahl hinter uns liegt. Das wird uns für längere Zeit begleiten. Selbst, wenn ich das noch hinzufügen darf, selbst, wenn das Ende der Ära Putin sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ereignen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ist ja keineswegs sicher. Im Gegenteil ist es fast eher sicher, dass ein Nachfolger, wenn der aus der gegenwärtigen Nomenklatura Russlands kommen sollte, dass der keineswegs ein für uns angenehmerer, so eine Art wiedergeborener Boris Yeltsin oder gar ein Gorbatschow. Nein, im Gegenteil. Also wir müssen uns warm anziehen. Und bei China gibt es Hoffnung, dass, die sind ja doch sehr schlau, glaube ich. Und der Druck auf den Politikapparat ist auch wirklich hoch, durch die wirtschaftlichen Themen. So ein großes Land zu regieren, da muss man sagen, wow, das ist eine Riesenausforderung, dass auch innerhalb von China weitestgehend friedlich, Menschenrechte ist ein komplexes Thema, kann man schwer beurteilen. Lieber Herr Professor Dr. Ischinger, vielen herzlichen Dank für Ihre Insights. Wir wünschen Ihnen gute, erkenntnisreiche, fortschrittliche, auch vielleicht können Sie ja diese Impulse auch in Davos mit einsteuern, da sind die großen Macher ja auch mit dabei. Und vielleicht dann auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da sind Sie nicht mal derjenige, der alles selber da organisieren muss, das ist auch ganz gut, da haben Sie im Kopf vielleicht frei. Aber ich habe mehr Zeit zum Zuhören. Mehr Zeit zum Zuhören, vielleicht auch mehr Zeit für Hintergrundgespräche, die sind ja manchmal wahrscheinlich auch das Wichtigste bei solchen Gelegenheiten und gerade als langiger quasi Chefdiplomat wissen Sie genau, wie es geht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie für uns und unsere Kunden Zeit hatten. Vielen herzlichen Dank.